so ich mache jetzt mal das habe ich gerade zu mir selber gesagt aber willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of lands mit mir im torsen und ich hoffe ihr seid auch liga bereit es ist ja die ich habe eben mal nachgeschaut die wievielte liga das eigentlich jetzt schon ist die gespielt wird ich muss mal eben schauen warlock liga 1 2 3 4 5 die sechste liga beginnt ja aber bei uns beginnt sie sehr sehr spät denn wir haben heute noch einen klankrieg gestartet also sind wir so ein bisschen später dran aber die suche geht ja zwei tage und deswegen können sich so ein paar clans ein bisschen mehr zeit lassen oder auch nicht je nachdem wie man das denn letztendlich so hält und ich habe hier gerade da hat einer ganz nett zugeschlagen das nehme ich mal eben mit das habt ihr jetzt nicht gesehen die 50 games hier aber ich finde es total cool wie diese wie diese schleifen aufgehen ich habe das heute schon mal öfter gesehen und eigentlich finde ich das erste paket gar nicht mal schlecht mit zwei trainings potions und zwei power potions zwei ressourcen portion und auch der bilder potion für 2 29 könnte man das mal machen aber wenn man jetzt ein bisschen rum scrollt dann geht das hier schön nett auf also es gibt nette pakete aber ihr werdet morgen sehen dass ich mir so ein bisschen woanders was gegönnt habe und deswegen gönnt lieber euren clan mail so ein bisschen was ihr seht das hier es gibt nette nette geschenke was ich sehr witzig finde von supercell früher ging es immer von hier also über dieses geschenk hier gest also über dieses 109 euro geschenk bis zu dem kleinen das war früher andersrum das war früher andersrum früher stand nämlich das kleine hier und du musstest zum großen dann erst rum scrollen jetzt haben das große hier hingemacht ich nehme aber trotzdem keins ich habe nämlich noch ein paar klarkriegs angriffe aus dem letzten klarkrieg für euch und ich denke mal wir können auch zwischendurch glaube ich ein bisschen farm mal schauen denn in dem gab es echt coole angriffe muss ich mal so sagen aber schon mal ich glaube die 30 plus hatte ich schon im letzten video begrüßt also cooler klarkrieg hier muss ich ganz klar so sagen super spannend super ausgeglichen und der bessere hat am ende gewonnen so ist das einfach so muss ich das mal sagen und als der uncharge diesen angriff gemacht habe da habe ich das überhaupt nicht gesehen dass er ja dass er das hier so gemacht hat ist immerhin der rathaus 10er base ohne infernos aber schon mit ganz netter def und der uncharge hier ist ein kleiner rathaus 9er so will ich den mal ich will den mal so ein bisschen zu betiteln ist ein kleiner rathaus 9er ihr seht das da wird jetzt gerade oder da wird die armee mit dem power mit der power potion hochgebracht also so dass sie max level zumindest für diese geschichte haben und die helden noch nicht mal gepimpt mit ressourcen trank und jetzt kommen wir die hog rider rein richtig nett muss ich sagen aber auch hier gingen die truppen also das kleine kill squad ging richtig gut durch so ein bisschen muss ich sagen für mich im rathaus 9 bereich ist es immer ein bisschen bisschen hinderlich nicht drei heilzauber zu haben sondern ein für wut ein für einen sprung zu haben und dann noch die heilzauber aber das ist auch bei mir immer ganz ganz verschieden manchmal nämlich zwei heil ein wut ein heil mit als rathaus 9 manchmal nämlich auch nur ein wut und drei heil mit wenn ich dann den wut mitnehmen ist es meistens so dass ich so ein kleines kill squad habe wohl so ein paar walken mit drin stecken so dass ich so ein bisschen in die base komme eben mal die clan book schaffe und dann entschuldigt bitte meistens mit den walken irgendwie ein bisschen weiter in die base kommen noch so das eine oder andere zerstöre aber cool gemacht hier muss ich sagen echt cool gemacht und der ja okay der freestauber der war jetzt geschweckt auch nicht schlecht den konnte sogar raushauen das ist cool ich nehme mir mal zwei gift mit muss ich sagen ich vertraue dem dem freestauber auf ratus 9 gar nicht der ist einfach nur da dass man schon mal hat finde ich und echt geiles teile 100 prozent von uncharted auf die nummer 30 auf den sparta kiri also voll nicht nicht ganz auf augenhöhe denn das war hier jetzt die letzte base also auf das gesehen kleiner angie 11 auf 11 also wir springen schon mal ein bisschen höher ich glaube diese base kenne ich ich glaube die base habe ich ja auch mit mit avatar ganz ganz ähnlich ganz ganz ähnlich ich habe nur meine mauern so ein bisschen anders postiert und ich habe das rathaus nicht im moment nicht draußen das liegt bei mir daran also ich habe diese base auch allerdings so ein bisschen modifiziert denn mit mit dem rathaus 11 nehme ich das rathaus so ein kleines stück rein hintermauern mit so ein bisschen defense damit vor allen dingen die rathaus 10er in den c oder in der cwl nicht ganz so einfach haben und eben mal zwei sterne weg snacken weil sie mir nur das rathaus klauen und dann noch irgendwie die 50 prozent machen oder so deswegen habe ich das rathaus während der cwl immer drin und abseits der cwl habe ich meistens draußen das heißt also da ist es dann schon eine anti drei sterne base und die hält auch gar nicht mal so schlecht die ist das ist noch meine rathaus 10er base die ist nur modifiziert genau wie diese hier und mal sehen wie der panda die hier gemacht hat 20 auf 24 also 11 auf 11 panda habe ich schon länger nicht mehr gesehen aber manche sie ist auch ein bisschen länger nicht weil sie machen ihre helden sie sind nicht da weil sie keine zeit haben oder aber sie fahren erst mal so ein bisschen um die helden so ein bisschen höher zu kriegen ich meine 45 47 12 das ist nicht weit weg aber es ist eine super gesunde mischung und da streiten sich auch die reis die geister auch auch bei mir beim avatar weiß ich nicht genau mache ich jetzt erste queen hoch weil ich mir jetzt erst in worden auf 20 damit der volle durchschlag durchschlagskraft hat oder nehme ich auch mal den king für ein level oder so das ist da weiß ich selber bei mir nicht nicht genau wurde wo der weg so hingeht wo aber dieser weg hier hingeht das sind die knabbernden skelette hier ja die können schon ziemlich nervig sein aber die ehrachen machen das hier schon ganz nett und der ehrache hier nimmt jetzt hoffentlich auch die skelette ins visier da sind sie weg wunderbar also cool gemacht hier echt nette drei sterne und worten hier hinten noch mit einem elektro drachen die sind zwar jetzt langsam aber wenn du genug zeit hast dann schaffst du natürlich so eine base hier 13 sekunden 7 das sieht jetzt gar nicht mal so lassen um drei sterne aus aber die ballern jetzt noch mal einmal von beiden seiten und schaffen damit einfach mal alles so geht das und e drachen lohns sind im rathaus elf und rathaus zwölf bereich nach wie vor drei oder zwei sterne im zwölfer bereich eher zwei sterne aber das macht in dem fall hier nichts ich nehme heute rathaus zwölf angriff von mir mit rein weil ja ich habe ja gestern schon in der folge gesagt ich bin ja so zwei sterne könig geworden ich habe schon ewig keine drei sterne mehr geholt auf ein rathaus zwölfer geschweige denn dass ich mal dippen konnte auf ein elfer das ist ja je nach einteilung auch in den clans ein bisschen anders und habe aber hier gedacht ich fand so ein bisschen mit mit magiern das heißt also mache so ein bisschen außen was weg da gehen natürlich ein bisschen die truppenkapazitäten flöten queen sollte mir jetzt das rathaus holen ja ich wusste da in rathaus nähe sind immer irgendwelche fallen das ist ganz klar da ist auch noch die die tornado falle aber ich denke mal die queen hat das hier gepackt also rathaus schon mal weg da kann die bombe auch hochgehen und meine queen weg sein mein king muss hier jetzt ein bisschen weiter fanden also so ein bisschen step by step angriff hier und da ich hier angehalten war netten zwei sterne mit ganz annehmbar prozenten zu machen ja mache ich das ja auch manchmal vom zwölber bereich zeug zeige ich glaube ich ganz ganz wenig aus den klaren kriegen hier denn ich bin nicht wirklich dolle hier naja da fehlt mir etwas auf nämlich dass ich euch kurz mal das mikro leise machen musste da ich das manchmal hier an einem stück an einem rutsch einfach aufnehme und jetzt keine tollen schnitte drin haben will oder so aber so geht es hier entgegen beziehungsweise mit oder doch ich glaube ich bin in den rücken der feger gekommen geht sie mit den elektro drachen weiter slammer hier mit dabei gewesen als der felsenwerfer immer noch nicht aufgegangen ich wollte nicht aufmachen habe aber gedacht der geht jetzt gleich sowieso auf hatte auch gemacht dann über die luftabwehr hier aber der der adler ich habe es nicht mal bis zum adler geschafft ich habe auch selber ich habe selber mal wieder gesagt tut oder was was das was war das mal wieder für ein angriff beim farm schaffst du den adler immer mit irgendwelchen truppen mit irgendwelchen armeen manchmal ja sogar mit meinen farmtruppen und hier im klarkrieg packst du nicht mal den adler du kommst nicht mal bis zum adler leide ich leide ich aber ist nicht so schlimm wir haben das ding hier glaube ich ganz gut ganz gut gerissen und wir sind also von 6 auf 14 das ist immer noch rathaus 12 bereich hier ich habe glaube ich vorher auch ein elfer nicht kein elfer gemacht sondern auch ein zwölfer das war nun mal elf auch mit zwei sternen und noch ein bisschen mehr prozent aber das geht natürlich noch ein bisschen besser denn der rewe hat hier noch mal zugeschlagen also rathaus elf auf rathaus elf und je mehr elfer gerade in den klaren kriegen die wir so spielen die zwölfer spielt schon eine kleine schlüsselrolle aber je mehr elfer man drei hat je nachdem wie viel man dabei hat desto besser ist am ende einfach das ergebnis und wenn der zwölfer es nicht schafft so wie ich manchmal auch nicht den elfer zu dreiern auf den dip dann müssen es entweder die elfer reißen oder es müssen müssen halt hier die guten zwölfer an zu denen ich mich ja nicht zähle habe ich euch ja gestern schon erzählt aber das macht nichts deswegen glaube ich dass man mich hier nach wie vor in den klaren kriegen einfach mitnimmt weil ich ein ganz netter zwei sterner im zwölfer bereich bin aber nie so guter drei sterner im elfer bereich oder ein sicherer drei sterner kein sicherer drei sterner aber für die oberen basis hier reicht es allemal wenn es so gefordert ist wir lassen dann unsere drei sterner zwölfer auf die elfer vor allen dingen in den unteren bereichen rein aber der rewe hier macht das richtig gut ich weiß er heißt etarion aber früher hieß er irgendwas mit rewe deswegen habt ihr auch schon mal öfter bei mir gehört kennt man die leute einfach nur nach ihrem alten namen egal wie oft sie sich umbenennen und schönes ding hier muss ich sagen eigentlich lebt ja noch recht recht viel hier und an der stelle habe ich gar nicht gedacht ich habe den angriff auch live gesehen habe ich nicht gedacht oh wie werden das noch drei sterne das ist auch sportlich aber jetzt geht die die meute hier so ein bisschen halb raus also noch nicht ganz raus sondern noch hier in diesem bleibt noch im mittleren kompartement außen geht ein bisschen ein bowler ein paar skellys mit einer mit zwei hexen im heck zwei sind ja zwei hexen hier und die queen der worden geht jetzt mit raus queen macht jetzt erstmal eine mauer und auch hier habe ich nicht gedacht das können keine eigentlich können es keine drei sterne werden aber da die queen überhaupt kein beschuss bekommt verliert jetzt im moment auch kein leben und deswegen können hier die die einzeltruppen so ein bisschen weitermachen es ist jetzt kein flächenschaden mehr da außer der bombenturm der wäre jetzt noch so ein bisschen den hexen gefährlich geworden aber queen ist immer noch da die queen ist immer noch da also diesmal richtig gut gelaufen hier und klar da war jetzt noch die bombe vom bombenturm queen ist immer noch da macht jetzt endlich mal das richtige sie macht erst den bogenstützen turm und dann irgend so ein dusseliges lager cool gemacht hier 16 auf 15 gegen den 30 plus klan und wir haben am ende auch nicht gewonnen das lag aber dann auch an unseren dips muss ich sagen der gegner hat toll angegriffen also das war wieder ein klarkrieg absolut auf augenhöhe hier aber es wurden halt etwas weniger elfer bei uns gedreiert dafür vermutlich zwei elfer mehr auf deren seite denn ein zwölfer glaube ich haben wir hier auch nicht daumen bekommen das sind alles zwei sterne hier aber wir haben ja halt ihm in dem bereich hier etwas mehr drei stelle gemacht ihr seht wir haben bis zu 15 getrippelt das ist dem gegner nicht ganz gelungen manchmal manchmal ist es ja so ich bin echt mal wieder gespannt ihr seht das hier 15 auf tamir hier unten ist auch noch ein stern frei akari akarius ja dass das wären die zwei sterne also absolut auf augenhöhe glückwunsch an den clan 30 plus glückwunsch auch an uns also fahren ein faires ding und ich bin da dann nie so einer der so sagt wir haben die voll im sack die blöden 30 plus agieren das ist schon ich glaube manchmal manchmal will man dann ja auch besuchen oder wir mal kurz in den anderen clan rein und glückwunsch zu sagen weil es war ein cooler cooler krieg und ich bin ganz ganz gespannt auf die liga wir haben jetzt noch ein klark gestartet also die liga startet bei uns extrem spät werdet aber sehen ich hoffe ihr freut euch auch auf die liga so wie ich es ruhe bis dahin